Hauten, 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 Hauten! Ich bin ja auch ein bisschen spät Ah, fuck, ich hab gebrochen Okay, whatever Nice, Cruiser, wer braucht schon Heile Ja, ja, gut klar Ok, Hammer, oh, wieder vier Leute Wir cappen die Affen Wir cappen die hier oben Ja, ich mach Nice, uff, Marco AAAAAAAH, so knapp, Mann Das hält ja fast Aufheiten, aufheiten, aufheiten Passiert nichts, passiert nichts Ich hab sonst Windwall, alles gut Achso, wir cappen da oben, ich dachte, wir holen den anderen Cap Dann haben wir jetzt Double, fuck Ich kann da hinlaufen, wenn ihr wollt Also, die haben Hellbart, Curse, Crossbow Und komm jetzt hoch So, Crossbow kommt direkt mal rein Oh, fuck, hat die Hellbarde gepirscht Aber Crossbow auch immer Von die Klerke fehlt Klerke fehlt Crossbow ist nochmal Crossbow kriegt nochmal einen Pierce Crossbow, Crossbow Crossbow Stun Crossbow, Quas Okay, das heißt Ich hab die Bombe versammelt Ich bin nicht auf Heile Ich bin nicht auf Heile Crossbow Swap Hier auf Marco Pass auf, kommt wieder hoch Ja, wir kriegen vier Damage, rein sie hier hoch Okay, ist gut Ja, der Tank sieht gut aus Okay Cursed maybe Cursed Bombe Ah, Metrope an Und pierced Ah, shit Sorry Daaaah Ich hab Bombe Dass du rauskommst Lustig zu laufen Ja, vielleicht sollten wir doch Backcap versuchen Naja, einfach aufhalten Ja Ja Aber Crossbow ist klug Der blinkt, wenn er nicht unbedingt muss So, die kommen wieder hoch Crossbow ist pierced und Bombe Stunt Stockert Ah So was geblinkt Oh, fuck Oh, fuck Ah, kippt Denkart Bombe ist mega long Cross Stunt an der Choke Cross One Healer tot Hier rein Der Healer steht auf der rechten Seite Hier auf Marco Hier auf Marco Healer ist geblinkt Ich swap den Healer Healer Stunt Okay, ich kann ihn boppen Jetzt Kein Blink Healer tot Alles okay, und Cap'n Ich kipp oben Ja, schön Ich glaub wir können auch gleich den anderen, die sitzen noch im Zelt Ja, ich geh Sag mal, wenn die Halt wird gerichtet Es kommt niemand, die sitzen alle im Zelt Jetzt bewegen sie sich nach uuun Oben Ja, oben Cap'n durch Zu vier Wir sind zu fünft Wir sind zu fünft Wir kriegen ein Triple Nice Wollen wir so lassen oder? No problem Ne, wir sind zu viert Wartet, wartet Wobei, wenn Marco jetzt gut poket Na, eigentlich mal Ach ne, komm Ne, wir bleiben oben, wir spielen Double Backline Der Curse wartet und drauf, das ist wieder geschlossen, oder? Ja Ja, dann ist im Offenen eigentlich gut Ja, dann ist im Offenen eigentlich gut Na, eigentlich sollten wir Double Cross Bursch spielen, glaub ich Kommt schon gut Also ich, ich hab jede Menge Bücher, ich kann was hochziehen Hab ich zwar noch nie gespielt, aber Guck einfach bei Marco zu Er steht da und drückt Q Ja Ich tank Pierce und bombe ihn Ich bin auf Hever Ah, jetzt bin ich auf Curse Ah Der hat noch Blink ab, hau Ok Der kriegt ne Bombe nach dem Block Ok Wurde gleich auf den Offen Ah Er ist geblinkt Ja, war ok Kommt raus Wir brauchen nicht so offensichtlich Die Brense kommt zurück hier auf MC Wir haben, wir haben Caps Oh Gebt mit E Oh fuck Ja, das mit der E muss besser werden Ah Cross, Crossbow kommt Ich geh nicht mit danach Oh fuck, Marco, oh sorry Ich hab alles gelockt Aber hier haben wir Stacks Ah, ich bin noch schade Das ist so crazy, ja Die Leute müssen aufpassen mit der E Die zwischen euch dann hier im Hintergrund Cheers Ihr von mir selbst Ja Alle fünf Oh Nee, ne Naja, das war halt Kapitalfehler, ne Das war absolut behe- Ach, ich reg mich auf Ich mach grad den Schweden Entschuldigung, ich beruhig mich wieder Ich bin wieder ruhig Will man schlecht strippeln Warte immer noch Ok Ok Weiß ich nicht Ne, da haben sie Ich hab den Kurs gekriegt Kurs, oh nice, das hat ein nice block Kurs Der Heiler ist noch, ganz weit hinten hinterm Kurs, kommt wieder? Kurs, Kurs zu, ich kipp immer noch Ok, ich bob den Tank mal runter Ah, ich krieg halt oben Pressure gerade Ja, dann kommt direkt hoch und scheiß auf den Tank, oder? Der Tank ist tot Der letzte von euch, der letzte von euch cappen Der letzte von euch cappen Wir können direkt Kurswix, komm Topcap holen Ja, ich komm Ja, so schnell kann es sich wieder bereden, lol Fuck man, was war das denn? Ok Ok Ja, gut Ja, die freut sich wahrscheinlich über den Loot und gehen Bank Ja, aber jage eigentlich nicht Na, die gehen nach oben, alle fünf Ok, also wir lassen die jetzt safe reinkommen und scheißen Ja, schau das hier wieder auf Keine Todesclumps in der Ecke mehr, bitte Ich weiß gar nicht, wovon du redest Ich weiß gar nicht, wovon du redest Zeigts der Lache im Video, okay Ich hab auch nicht mitgekickt, dass du so hoch bist Sonst hätt ich dir den Crossbow auch nicht oben drauf gekickt Das war halt auch unnötig on top Kurswix muss dann noch einmal drauf gehen fürs Team Ich bin schon mal gestorben Er ist gestorben Ach ne, ich bin nicht gestorben, stimmt Bist du echt nicht gestorben? Nope Ich muss nur rausgeschafft werden Ich lässt ihn auf Marco Bin auf Hellebarde Ich bin auf Hellebarde, Pierce und Bombe Ich bin die Pierce, Achtung Ich denke, es geht nur um Oh, die hat die Bombe richtig schön reingetragen Wir machen weiter auf den Curves Ihr auf Renzi, ihr auf Renzi Geht tanzen mit euch Hellebarde dürfte keinen Blink haben Der Crossbow steht in uns drin, by the way Ich bin noch auf dem Crossbow Ich bin noch auf dem Crossbow Das ist ein Stück Crossbow, kein Blink Crossbow, Crossbow, Quatsch Also fällt wenn er nicht kalt Komm ne Das Das ist schlecht Crossbow hat jetzt Bombe Crossbow ist zu Pierce Crossbow? Ihr aus Marco Ihr aus Marco Ne, ich auch Ey, was ist dann? Die Stecken wieder zu hart Die baiten uns da halt in einen Chalk rein Ich hab nichts mehr von Marco Ja, ich bin noch auf dem Crossbow Ich bin noch auf dem Crossbow Crossbow kriegt Bombe Und Pierce Okay, Hila interrupted Crossbow tot Hila kommt Ich bin noch auf Hila Okay, das Hila ist durch Hila, Hila kommt Hila kriegt jetzt Bombe Hila kriegt jetzt Bombe Kein Defensive Stun Hila Hila ist Stun Hila tot Hila tot Nice Cross Ah, ich hab Schmugg Desk Stun Hila Gestockert Komm mal Eventuell alle Stun Und wo? Ach, ok der heiler ist mit ziemlich viel loot gestorben das gut dann gibt er ordentlich ich meine zeug von uns hatte der reichlich und der kursen hatte kein bar food wenn ich jetzt sterbe scheiße dann lassen wir noch mal kommt runter wo er die halt auch gefährlich ist das gerick auf dem crossbow aus hier wenn sie in den linken das postierkurs vor kriegt jetzt hier so ein Bomber da der Heiler ist weit weg schon mal ich habe was muss worden heißt gibt immer wieder Bomber ist ein Heiler ich brauche den Heiler Eher auf Renzi. Eher auf Renzi. Ah, okay. Ja, das ist gesiedet. Stunt. Heiliger gestunt. Ja, ist tot. Und Curse im Eisblock oben. Ich stehe nach oben. Ich stehe nach oben. Ich kann nur runterheilen. Swap den Curse nochmal. Ich stun Curse. Stunt. Ich hab's. Da liegt doch noch massig viel Loot, oder nicht? Ja, zum Rollen gehen. Ja, gut. Was soll ich sagen? Pretty war es nicht, aber wir haben gewonnen. Nicht schön, aber selten.